Ja und ähm, dann hast du jetzt also nur diese Woche Spätschicht oder was? Diese Woche war Donnerstag bis Donntag, nächste Woche Montag bis Mittwoch. Sieben Tage. Ah was? Ja. Aje, brutal. Weil nur so bei uns. Sieben Tage und dann drei Tage frei. Ach so. Wie? Ach so, sieben Tage. Arbeitet ihr und dann habt ihr drei Tage frei oder was? Ja. Nicht schlecht. Aber für uns wäre das eigentlich gar nichts, eine ganze Woche arbeiten. Bei uns war es nicht mehr? Nein. Wir haben eigentlich jeden Tag frei. Wir haben jeden Tag zwei Tage frei. Ach so, das heißt nächste Woche, als du jetzt, die kommende Woche, die was jetzt anfängt hat, hast du dann ja, äh, musst du durcharbeiten ohne frei oder was? Oder hast du frei? Nächste Woche. Ja, die was jetzt kommt. Ja. Also hast du frei? Nur in zwei Wochen. Ich muss nur arbeiten. Ah ok, alles klar. Ja, ja, alles klar. Ne, ich hab gedacht du hast nur... Ne, ne, in zwei Wochen. Ach so. Ne, weil das ist mir gerade, weil du gerade, weil ich hab das nicht gesagt, ne von irgendwie falsch verstanden, weil du gerade gesagt hast, erst arbeitet jetzt sieben Tage, ganz durch und dann habt ihr frei. Ich hab gedacht, das ist jetzt schon wieder, diese kommende. Ach so, Ivanka hat frei. Freude, ja. Ok. Guter Appetit. Danke. Aber du wirst, was machst du denn? Nix, ich guck nur, ich lese da gerade meine E-Mails, weil ich hab da gerade Nachrichten gekriegt von der Frau da, wo ich mich doch treffen wollte, eigentlich nächste Woche. Oh! Alter, was Dimi gerade geschrieben hat! Das ist so eine Katastrophe! Oh! Oh!